Ah, ihr seid's schon? Ja, ich würde dann sagen, ein goldenes Hallo und damit herzlich willkommen zum, ja, ein etwas anderem Video. Also, ja, ich chill hier gerade an einem Strand und die Sonne geht schon irgendwie unter. Oh, sie ist schon untergegangen. Ah, es ist schon nackt und ich bin hier immer noch einfach am chillen auf meiner Liege mit meinem hier, was soll ich sagen, etwas speziellerem Strandort mit meiner Liege und hier in meiner kleinen Bar, wenn man so will. Ich, die ist mini klein. Aber, Leute, falls ihr euch jetzt denkt, CJ, warum machst du so ein Video? Yo, ähm, ich dachte mir, die Ferien haben schon begonnen, jedoch steigen wir jetzt bald mal ein. Steige, steige, steigt mein Kanal jetzt in die Ferien, wenn man so will. Ferien haben sie schon begonnen. Ich bin schon seit drei, drei, drei Wochen, glaube ich schon, bin ich seit schon in den Ferien. Also, seit drei Wochen bin ich schon in den Ferien. Eigentlich, für mich ist, ist, sind schon Ferien, aber für uns, also das Goldene Team, ist erst jetzt beginnen die Ferien für uns. Also, wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, CJ, meine Ferien haben schon in den Ferien. Das kannst du jetzt nicht sagen. Ich meine nur so, ich gehe ja jetzt in den Urlaub. Ich meine, damit geht, wenn ich in den Urlaub gehe, geht das ganze Goldene Team in den Urlaub. Versteht ihr? Ich fahre nämlich ungefähr nach, äh, zwischen, in, so ungefähr in die Mitte von Frankreich und Deutschland. Und, ja, da mache ich Urlaub. Also, geht das ganze Goldene Team jetzt in die Ferien, streckt sich Urlaub. Vielleicht seid ihr schon in Ferien, vielleicht seid ihr auch schon in Urlaub. Aber, was soll ich sagen, für mich, also, ich war bisher in Deutschland, die ganze Zeit, ich lebe in Deutschland. Aber, äh, trotzdem, das kann man hier schon als Urlaub bezeichnen, wo ich gerade in Deutschland bin. Aber jetzt reise ich weg. Ja, und, was soll ich sagen, da dachte ich mir, okay, dann reist doch auch das Goldene Team mit diesem Video mit. Und, was soll ich sagen, das wollte ich euch nur mal mitnehmen, weil alles, was ihr jetzt für Videos bekommt, die sind vorproduktiert. Weil, ich kann im Urlaub nicht generell Videos machen. Weil, ich mag das irgendwie auch generell nicht im Urlaub, soll man den Urlaub genießen und nicht die ganze Zeit Videos irgendwie aufnehmen. Und, ja, ich habe hier gerade eine Fun-Tag-Snack. Und man sollte das irgendwie genießen, irgendwie in den Urlaub zu sein. Und deswegen wollte ich euch nur sagen, dass alle Videos, die ihr jetzt seht, vorproduktiert seid. Also, dieses Video ist sogar vorproduktiert. Ganz kurz gesagt, nebenbei, wie gesagt. Und, ja, die nächsten zwei Videos, die rauskommen werden, in den zwei Wochen, sagen wir es mal so, die sind vorproduktiert. Das heißt, tut mir leid, wenn ich Leute gerade nicht grüßen kann oder sowas, würde ich ultra gerne. Aber, ihr könnt in den Kommentaren schauen. Da bin ich nämlich noch aktiv. Bloß nicht, dass es halt neue, nicht vorproduktierte Videos gibt. Die Videos, die nächsten zwei, die ihr jetzt sehen werdet, die sind vorproduktiert. Und, ich hoffe, ihr seid da jetzt nicht so mit schlimm, weil ich kann euch zwar nicht grüßen. Ich kann auch keine coolen Kommentare vorlesen oder Vorschläge, die ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, kann ich auch nicht umsetzen. Aber, schreibt trotzdem bitte einen Kommentar. Und, ich wünsche euch auch noch ganz tolle Ferien. Ihr müsst euch jetzt aber auch kurz damit abfinden, dass jetzt pro Woche ein Video rauskommen wird. Aber, nach den, also nach jetzt zwei Wochen, kommen wieder Videos wie immer. Und, nicht nur jede Woche ein Video, sondern vielleicht jede Woche, weiß ich nicht, halt Normalvideos. Und, das wollte ich euch jetzt nur mal sagen. Ich wünsche euch noch schöne Ferien, schönen Urlaub. Wir sehen uns bald wieder. Und, ciao!